Da siehst du, hier ist die dritte nämlich. Klatsch! Und da unten die vierte. So. Und dann hätten wir das auch. Ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Nein, das riskiere ich lieber nicht. Ich will nicht runterfallen. Lieber nicht. Jetzt kommen wir zum Boss, 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 Boss. Wir kommen zum Boss und wir haben keine Fee. Sind das nicht gute Aussichten? Ist hier irgendwo eine drin? Nein, warum auch? Könnte ja nur hilfreich sein. Na gut. Hallo. Ist dir kalt? So, warte, 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 warte. Ich wollte mich noch eben verwandeln. Das hat nicht geklappt. Hi. Na? Stehle nach Albtraum. Gott. Lang ist es her, dass ich ihn zuletzt besiegt habe. Ah, es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und wir müssen gut auf die Steinchen aufpassen. Ups. Und auf die Wände. Hallo. Na? Trocken. Oh, 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 oh. Aua. Taya, was sollte das denn? Immer hinterher. Aber mit dem Blitz ist es auch nicht immer sehr schön. Der kann einen leicht treffen, vor allem wenn man gerade in der Luft fliegt. Ah, die Musik ist geil. Den, 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 den. Ich finde die voll toll. Ah, jetzt läuft das schneller. Okay. Und wieder normal. Oh, oh, oh. Oh, er hat uns fast getroffen. Ach, Mist. Man muss natürlich auch achten, dass man immer schön in der Geschwindigkeit bleibt. So, Konzentration. Oh, oh. Oh, fast getroffen von dem Mist. Oh, ja. Jetzt wird es langsam schwierig hier. Wuhu. Wenn er noch so mit Kacke runterkommt. Uff. Toll, wenn es leckt. Ist fantastisch. Danke, Spiel. Guck mal, wie der schon aussieht. Der raucht schon. Ja, super, super, super. Könnte es auch ruhig mal hinfallen. Das wäre auch cool. Ach, Mist. Weil wenn wir zu weit zurückliegen, dreht sich dieser stierartige Gegner um und macht das. Genau. Das ist nicht sehr schön. Jetzt roll schon. Wehe, du bleibst stehen. Das möchte ich nicht. Was dieses Spiel auch sehr gut kann, ist diese Steine von oben direkt vor meiner Nase zu platzieren. Ja, war bis jetzt zum Glück nicht der Fall. Oh, oh. Na, Volltreffer. Verdammt. Ja, jetzt kommen noch die Bomben. Oh, nichts leichter als das. Ja. Ja. Nein. Nein. Bergauf können wir nicht natürlich nicht so gut Anlauf nehmen, ist klar. So, jetzt komm. In die Hinterbeine. Oui. Ah, ich finde den Kampf einfach toll. Da flieg doch mal hin. War es nicht auch mal so, dass du nach ein paar Schlägen hingeflogen bist? Dann eben nicht. Machen wir es so. Gut. Geschafft. Sollte ich nämlich mit. Herzteil nehmen wir natürlich auch mit. Ein Herzcontainer. Juhu. Geschafft. Guts Vermächtnis ist auf dich übertragen. Der reine Geist, der in diese Maske im Körper Guts gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Was seid ihr? Wächter. Wächter. Wächter? Also seid ihr Schutzgötter? Deshalb wart ihr in den Tempeln. Aber warum sind die Schutzgötter... Nein, warte. Hörst du mir zu? Hey, warte. Wir haben doch so viele Fragen. Und der Schnee verschwindet. Guck mal, wir haben Frühling. Oh, schön. Yay. Wunderbar. Hallo, Frosch. Ach, ist das schön hier. So ist das doch schön. So, was kann ich jetzt nochmal genau machen? Oh, wir könnten... Wir könnten... Nee, das nicht. Wenn wir da reingehen, kommen wir nur nach oben. Wir können mal kurz hier reingehen. Ganz kurz, nur zum Gucken. Aber hier können wir uns ein Schwert schmieden lassen. Die Elfenklinge. Die können wir aber nicht mit zurück in die Vergangenheit nehmen. Das ist ja schade. Aber wenn wir eine bestimmte Quest abschließen... Und das Item davon mit hierher bringen... Können wir uns eine dauerhaft stärkere Klinge schmieden lassen. Allerdings machen wir das nicht heute. Ne? Oh, uga, uga, uga. Ich wollte euch die Nummer zeigen. Oh, ein Kunde. Gabora, bring unseren Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. Was der überhaupt an hat, das sieht ein bisschen... Ja, es ist unsexy. Ich kann deine Brustwarzen sehen. So lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Hm. Also gut, es kostet 100 Rubine. Dein Schwert schärfen... Äh, zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 streichen... wieder abstumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Nein, das möchte ich nicht. Nur wenn ich das bestimmte Item habe. Oh, wirklich? Da kann man wohl nichts machen. Vergiss den Kaffee. Zwar ist es ein Geheimnis, aber pass auf. Bringst du mir etwas Goldstaub, kann ich dir das Stärkste aller Schwerter machen. Genau das meine ich. Die Schmirgelklinge ist das nämlich. Es wird niemals stumpf. Es ist wahrlich stark. Wahrlich. Ja, aber dafür müssen wir das Gronenrennen gewinnen. Und das neue Schwert zu schmieden, nimmt auch sehr viel Zeit in Anspruch. Da muss man den Frühling schon am ersten Tag hier einkehren lassen, damit das funktioniert. Und deswegen, liebe Leute, machen wir das erst beim nächsten Farmen. So. Ich wollte... Zu einem Dorf. Zum Gronendorf wollte ich, aber es war nicht hier lang, ne? War das hier lang? Nein, das war nicht hier lang. Nein. Hm. Aber was wollte ich denn beim Dorf? Ach ja, genau. Und jetzt hätte ich gern wieder meine Hasenohren. Weil ich bin mir gerade nicht sicher... Ja, ja. Ob wir... noch eine Aufgabe abschließen müssen, damit wir etwas Besonderes bekommen. Oder benutzen können. Sagen wir es mal so. Hier ist jetzt nämlich... der falsche Weg. Ja. Ich bin heute wieder stark verwirrt. Nee. Ach, ich mag die Musik. Und zwar muss ich da unten lang. Hier geht's doch zum Dorf. Genau. Hier wollte ich lang. Hier ist nämlich auch der Frühling eingekehrt. Und... da... musste ganz große Bomben. deswegen muss ich jetzt erst mal gucken. Aber ich glaube, wir können auch ganz normal welche kaufen gehen. In Unruhe. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Aber wo müsste eigentlich gehen? ich muss noch mal gucken. Hm. Na 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 na. Da wollte ich hin. Döp döp. Dann wollte ich mir gleich auch noch ein Herzteil holen gehen. Ich verkaufe Pulverfässer. Das bekannteste Produkt der Gron. Brauchst du einen Pulverfass? Sie explodieren mit lautem Knall und sind sehr gefährlich. Bevor ich dich nicht einer Prüfung unterzogen habe, darf ich dir keines übergeben. Ja, wir werden es einfach mal versuchen. Schaffst du es, den Felsen, der... äh... den Felsen, der den Eingang der Rennstrecke versperrt, mit dem Pulverfass zu zerstören, hast du meine Prüfung bestanden. Ich glaube, das müssen wir zuerst machen, bevor wir uns jemals wieder Pulverfässer kaufen können. Beginnt das Pulverfass schneller zu ticken, bedeutet das, dass es in Kürze explodieren wird. Versuche den Felsen, der den Eingang zur Rennstrecke blockiert, zu sprengen, bevor das Pulverfass explodiert. Halte Ausschau nach dem Schild, um die Rennstrecke zu finden. Hast du es geschafft, komm zu mir zurück. Okay. Äh, nimm... scharfe Ware und so und wirf... So. Heiße Sache das. Na? No. 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 Jetzt heb das Scheißding auf. Äh... Doverling. So. Jetzt geht's rund. Lauf. Oh, es wird gleich schon wieder Abend. Und er läuft so schnell. Das war überhaupt keine Ironie. Aber es schaffen wir trotzdem locker. Ich meine, die Lunte ist noch lang. Das geht schon. Die Gegner könnten nervig werden, aber was soll's. La 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 la. So, hallo Wolf, geh sterben. Ja, ja. Und wenn wir jetzt noch vernünftig tauchen könnten, könnten wir uns noch ein Herzteil holen. Aber das ist uns ja auch nicht gegönnt. Noch nicht. 아. Der護應. Oh! 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 Vielen Dank.